Fall Oh Gott das ist eine Bank, ich hab gedacht da legt da eine Ocke Fail So Komm schon, zeig dich Da hinten rennen, so weh Das ist gar nicht gut, und hier stehen zu bleiben ist noch schlechter Komm eine ganze Zombie-Family, wo ist in der Himmel? Kommt, du Rentsch ist natürlich So, von demen Zombie, wo man... Oh Mann Das ist jetzt, das ist jetzt so gelaufen Das ist der den Berg hoch, ich hab gemein, der bleibt vielleicht ein bisschen mit mir in Elektro Oh Mann Ich rennen die ganzen Zombies nach oben Seht ihr das? Wir kriegen heute noch einen, komm Oh Gott ich hab ein Auto Das ist richtig gehört Ich hoffe nicht Oh ja Scheiße 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 Was ist das jetzt für eine Waffe? Jetzt hab ich nochmal ne Double Bear gefunden Egal Ja, die Einfüge mag jetzt, ich brauch kein Mensch So Ich geh jetzt auf meiner Seite wieder raus Scheiße, Mann Ne, lieber, viel, viel lieber Oh Gott Okay, die... die tun alle dem Auto hinterher Oh Gott Scheiße Irgendwie wollte ich heute nicht so rechtlich Äh, richtig Irgendwie Naja Das ist unser guter Freund wieder Schmer Revolver Nix am Lauf Nix am Rennen Die rennen alle dem Auto halt oder laufen dem Auto In die Richtung Alter Ich bin nicht auf die Eier Hm Das ist halt die Frage Da hab ich zwei Leute gesehen Geil Und ein Auto Unhädi Habe mir aber alles nicht viel weitergebracht Ich will jetzt irgendjemand Weg holen Der eine geilere Waffe hat Mit der ich dann Auch was anfangen kann Hä? Hello Sorry Da ist doch unlocken Ja, du hast mich natürlich gesehen Na klar War ganz schlau die Aktion jetzt Das Auto Oh, falsch, dich hör'n Heli Alter, ihr wollt' mich verarschen, oder? Fliegt da da nix Nächste Heli Aaaaach, man Das gleiche Loot wie vorher Erstmal die 30 Zombies sind da weg Problem Okay, vielleicht auch Problem So Boah, ich renne rum Wie falsch Geld hier in Elektroherde Das ist Wahnsinn Ich weiß nicht Wo ich hin soll Irgendwo drei Stunden jetzt hinsitze Habe ich ehrlich gesagt Keine Lust Ich glaub' ja auch nicht Hm Das ist ein Eck Verdammt Da könnt' ich vor mir landen, daher, dann könnte ich mich auch mal versuchen Boah, ich guck' in die Vorträge Wo Flying Helikopter helfen hier Oh Okay Das heißt, hier sind welche Kann ich ähm Was sein Hm Jetzt müssen wir nur noch ausfindig machen Wo? Sag mal, das sind doch bestimmt 40 Spieler, oder? Ja, 30, oder? Was ist denn das? Ihr wollt' mich doch verarschen Euch das an Das kann noch nicht wahr sein Warum ist hier nochmal nicht da Wie viel Wie viel von dieser Kacke gibt's denn eigentlich? Ich bereue, irgendwann werde ich nie liefen Oh Gott So Hm Hm Hallo Oh Gott Oh Mann Oh Mann Ah, das sind die, wo ich abgehängt hab' Das war jetzt sehr schlau Oh Mann Wir werden aber auch gar keine Zombies gepolt von anderen Spielern irgendwie. Zwar ein Auto gesehen, aber das werden wir dann in den Norden, deshalb glaube ich hier ein bisschen Angst. Ich glaube da was. Ist das normal? Alle Zombies komplett ruhig. Ich würde echt gerne wissen, wo die sind. Schön, dass sie bei Waffen sind, aber... Guck mal hier rein. Ich weiß nicht, ich glaube hier war man schon zehnmal drin. Ich renne jetzt alle zu mir oder was? Finde ich nicht besonders nett. Warte, war ich jetzt... Oh ne, jetzt komm ich hier wieder nicht raus, oder? Ohne zu schießen. Ist ein Militärzong? Ne, der 30 Bandage ist kein Problem. Ja. Ah, hier Trick 17. Merkt euch. Immer runterjumpen dann seit einem Nebengebäude. Äh, im Nebenzimmer. Hm. Ich weiß echt nicht, was ich mache. So, mehr als so rumrenne kann ich echt nicht. Ich könnte es nach Tern nochmal laufen. Obwohl dann wahrscheinlich in Elektro wieder mehr los sein wird. Gott. Ja, ich glaube das ist noch von mir ein Zombie. Ja, wie viele Zombies ich hole hier? Das ist ja hier nicht mehr normal. Kommt die denn alle her? Hm. Okay, solange die weg sind, dann geh ich hinten aus. Habe ich kein Problem. Ja, genau. Ah, komm, sieh mich doch gleich von Cerno aus. Echt. Lass mich mal raus. Hab's krank. Ah. Nein. Da. Hm. m nix anscheinend nix gar nix heute ja gut bringt jetzt nix hier noch drei tage rumzurenne ehrlich gesagt hier passiert ja echt gar nix an action heute sich eigentlich ein bisschen verwundert deswegen werde ich mich jetzt wenn er mich in ruhe gelassen hat wieder ausloggen ich schaue dann später noch mal rein und ja hoffe dass dann ein bisschen mehr los ist muss man für den server in favorites machen ich glaube jetzt aus bevor der zombie alter geht der zombie mir gerade auf die Aja komm ja ja vorher kommen wir sind wieder die unsterblichen oder was auch sowohl schuldig doch glaubt die Doppelbäude in die Hand oh man der Revolver hat kein Doppelbäude ich bin das hier nicht auch kommen jetzt jetzt schießt was auf mich jetzt boah kommt echt ich ich deswegen immer ein bisschen mehr das mitnehmen dann funktioniert das auch dann funktioniert das auch jetzt passiert hier action Problem ist ich hab nur ne Schotti ich glaub mit der kann ich nicht viel anrichten also erstmal wegrennen das war ein Fehler das machen die Welt mit crouchen ok meine Farbe ist zuerst er blass geworden ich meine das war ein Sniper bin mir aber nicht ganz sicher aber wenigstens meldet sich mal einer hier dass jemand hier ist ok das ist schon mal schön der wird mir wahrscheinlich voll beobachten wo ich jetzt hin rennen das Problem ist das erste Problem das zweite ist ich weiß nicht was das war das ist ein Sniper da hinten war doch irgendwas das ist ein Tier ich will echt gern wissen was das war irgendwo was das glaub ich nicht geiler Waffe oh Gott das schießt von ganz dahinten und schießt nochmal das ist ein Sniper ähm ich würde gerne einen Schuss das ist ein Ausmachen wo der herkommt ich meine der kommt aus dem äh äh von dem großen Berg ich meine der kommt aus dem äh von dem großen Berg ja das war ein bisschen egal also ich versuche ok dann beenden wir jetzt doch noch nicht ich versuche komplett außen rum irgendwie zu dem zu kommen probieren wir die Sniper meines war eine Sniper mir die Sniper dazu holen ich hoffe dass der mich jetzt nicht noch sieht hier schießt er schießt doch nicht mehr keine Schüsse mehr mhm dumm dumm dass der in dem Teil hockt da oben ist er das gesehen da ist er oder da rennt auf jeden Fall was alles klar ähm 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 Sniper gegen Schotti mhm dummes dummes Situation hier das heißt er schießt von dahinten sich wöchangen links und da die 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 Untertitelung des ZDF, 2020